Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk. Ich bin Fabian. Ich sage euch, was der neue M1 drauf hat, was das Besondere am M1 ist, zeige euch die ersten Benchmarks sowie die Unterschiede zwischen den neuen Macs und gehe darauf ein, ob es sich lohnt, jetzt schon einen der neuen Macs zu kaufen. Der M1 ist der erste Prozessor, den Apple speziell für den Mac entwickelt hat. Der M1 kommt dabei gleichermaßen im neuen MacBook Air, dem neuen Mac Mini sowie dem neuen MacBook Pro 13 Zoll zum Einsatz. Das bedeutet, die neuen Macs haben einiges gemeinsam, doch dazu später mehr. Der M1 gehört zur selben Prozessor-Familie, welche auch das neue iPad Air sowie die neuen iPhone 12 Modelle antreibt. Beide Chips werden im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt. Allein das ist schon eine Leistung. Die Nanometer geben die Größe der Chips an. Je kleiner, desto geringer ist der Platzbedarf, desto geringer ist der Stromverbrauch, desto geringer ist die Hitzeentwicklung. Apple steht nun in der Massenfertigung bei 5 Nanometer. Intel ist bei 14 Nanometer und kratzt mit großen Mühen bei 10 Nanometer. Mit Glück landet Intel 2021 bei 7 Nanometer. Und Intel plant erst 2023, seine Chips auf 5 Nanometer umzustellen. AMD steht aktuell bei 7 Nanometer und möchte bis 2022 ebenfalls auf 5 Nanometer umstellen. Basierend auf dem A14 Bionic hat Apple den M1 für den Mac angepasst. Statt zwei Performance-Kernen wie noch im iPhone 12 erhaltet ihr auf dem Mac vier Performance-Kerne. Darüber hinaus gibt es sowohl beim A14 Bionic sowie beim M1 vier Effizienz-Kerne, wenn weniger Leistung benötigt wird. Und während der A14 Bionic im iPhone 12 auf 11,8 Milliarden Transistoren kommt, verfügt der M1 über 16 Milliarden Transistoren. Beide CPUs verfügen über eine neurale Engine mit 16 Kernen. Und der A14 Bionic im iPhone 12 hat eine GPU, also Grafikkarte, mit vier Kernen. Der M1 in den neuen Macs kommt auf acht Kerne. Ihr seht also, es gibt reichlich Gemeinsamkeiten zwischen iPhone und Mac Prozessoren, nur dass Apple den M1 für den Mac entsprechend nach oben skaliert hat. Ja, kommen wir jetzt dazu, was das Besondere am M1 Prozessor ist. Also das Besondere ist, dass es sich um ein System on a Chip handelt, kurz SOC. Das bedeutet, es gibt jetzt kein großes Mainboard mehr, keine separate Grafikkarte, keinen separaten Speicher, keinen extra IO-Controller. Es ist alles in diesem M1 System on a Chip vereint. Das hat Vor- und auch Nachteile. Die Vorteile? Die Wege sind kurz, die Hardware ist optimal aufeinander abgestimmt, die Speicheranbindung ultra schnell und der Stromverbrauch niedrig. Insgesamt bedeutet diese Technologie einen deutlichen Fortschritt bei Geschwindigkeit und Energieverbrauch. Aber die Nachteile liegen auch auf der Hand. Ihr behaltet, was ihr kauft. Also das bedeutet ein nachträgliches Upgraden von CPU oder Arbeitsspeicher. Das ist nicht mehr drin. Die neuen Macs kommen wahlweise mit 8 GB RAM oder mit 16 GB RAM. Ihr solltet euch hier weise entscheiden. Nachher könnt ihr nämlich nicht mehr upgraden. Und das könnte bei diesen Macs durchaus wichtig sein, denn der M1 verfügt über eine einzigartige Unified Memory Architektur. Das bedeutet, die komplette System on a Chip Einheit bestehend aus CPU, Grafikkarte und Co. teilen sich diese 8 oder 16 GB RAM, für die ihr euch beim Kauf entscheidet. Geteilter Speicher? Das klingt jetzt erstmal schlecht. Ich erinnere mich da noch so an Zeiten früher beim PC. Da hieß es immer, kauf bloß keinen Rechner, wo die Grafikkarte geteilten Speicher oder auch Shared Memory nutzt. Das kann man jetzt allerdings nur begrenzt mit der Speicherverwaltung beim Apple M1 vergleichen. Denn es handelt sich hier um eine wesentlich modernere Technologie, die wiederum auf einem SOC vereint ist. Sprich, extrem kurze und schnelle Wege und Speicheranbindungen. Die Daten müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Speicherpools hin und her kopiert werden. Also diese aktuelle Technologie ist wesentlich effizienter und schneller. Diese Unified Memory Architektur ist eine der größten Stärken des M1. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen gut erklärt. Wenn nicht, dann darf mich hier gerne auch ein Fachmann in den Kommentaren korrigieren oder ergänzen. Apple wirbt beim M1 mit folgenden Punkten. Der M1 bietet die beste CPU-Leistung, gemessen an der benötigten Wattzahl. Der M1 bietet die schnellste im Chip integrierte Grafikkarte der Welt. Und der M1 bietet die schnellste Single-Core-Performance der Welt. Das sind jetzt erstmal nur Behauptungen von Apple. Aber es gibt auch guten Grund anzunehmen, dass diese Behauptungen tatsächlich stimmen. Kommen wir jetzt erstmal zu den neuen Macs. Alle neuen Macs kommen im bisherigen Design, das man schon kennt von den Intel-Generationen zuvor. Außerdem bieten sowohl das MacBook Air sowie der Mac Mini als auch das MacBook Pro 13 Zoll denselben M1-Chip. Bei allen neuen Macs könnt ihr zwischen 8 oder 16 GB RAM sowie einer SSD mit 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher wählen. Und wenn es das Budget zulässt, dann würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, 16 GB RAM zu wählen und mindestens eine SSD mit 512 GB, damit ihr auch für die kommenden Jahre gut aufgestellt seid. Alle neuen Macs, die kommen lediglich mit zwei USB-4-Anschlüssen, denn der M1-integrierte Controller kann nur zwei USB-Anschlüsse ansteuern. Stand jetzt. Das wird sich 2021, wenn die anderen Macs dazukommen, auf jeden Fall noch ändern. Als einziger neuer Mac kommt das MacBook Air ohne Lüfter aus. Das bedeutet, ja, das MacBook Air ist immer flüsterleise, dafür dürfte es aber bei andauernden Power-Anwendungen schneller runterregeln müssen, weil der Prozessor eben einfach zu heiß läuft. Die M1-Prozessoren im MacBook Pro 13 Zoll sowie im Mac Mini bieten jeweils einen Lüfter und dürften für Power-User daher eher geeignet sein. Aber nichtsdestotrotz, Apple demonstrierte auf dem Event, dass auch das MacBook Air mehrere 4K-Streams bei der Videobearbeitung flüssig und schnell handeln kann. Und ich komme auch gleich noch zu ein paar Benchmarks zum MacBook Air, die ebenfalls sehr beeindruckend sind. Das MacBook Air verfügt übrigens über Funktionstasten und keine Touch Bar. Also das MacBook Pro 13 Zoll dagegen, das kommt mit Touch Bar. Und das mag für Leute, die absolut keine Touch Bar wünschen, ja durchaus sehr wichtig sein. Alle neuen Macs können bis zu 6K-Monitore ansteuern. Und im Folgenden gehe ich jetzt noch auf die Besonderheiten sowie die Performance der jeweiligen Modelle ein. Ich beginne mit dem MacBook Air. Der Preis für das MacBook Air mit M1 liegt auf demselben Niveau wie das bisherige Intel-Gegenstück und beginnt damit bei 1100,50 Euro. Apple wirbt mit folgenden Leistungsverbesserungen im Vergleich zur vorigen Intel-MacBook Air-Generation. Also, im Vergleich zur Intel-Generation gibt es eine dreieinhalbmal so schnelle CPU-Leistung. Die Grafikleistung wurde um den Faktor 5 gesteigert und die Akkulaufzeit hält nun bis zu 18 Stunden durch. Das sind 6 Stunden länger als bisher. Außerdem wurde die SSD bis zu zweimal schneller. Im Internet sind jetzt übrigens die ersten Geekbench-Resultate zum neuen MacBook Air geleakt. Und das ist jetzt eben nicht nur für das MacBook Air interessant, denn die Werte für den M1 gelten ja auch für den Mac Mini und auch das MacBook Pro 13 Zoll. Also, nach diesen Daten taktet der 8-Kern-Prozessor im neuen MacBook Air mit 3,2 GHz und kommt auf einen Single-Core-Wert von 1687. Der Multi-Core-Wert liegt bei 7.433 und damit ist der M1 schneller als der Intel Core i9 mit 2,4 GHz aus dem MacBook Pro 16 Zoll, welcher nur auf 1095 Punkte im Single-Core-Test und auf 6.869 im Multi-Kern-Test kommt. Sollten die Leaks stimmen, sind das sehr beeindruckende Zahlen für den neuen M1. Kommen wir zum Mac Mini, denn der beginnt ab 778,85 Euro. Der Mac Mini ist bis zu 60% energiesparsamer als die vorige Mac Mini-Generation. Die Grafik ist bis zu 6x schneller, die CPU-Leistung bis zu 3x schneller. Außerdem bietet er, genau wie die anderen Macs, zwei USB-C, USB-4 Thunderbolt-Anschlüsse, aber zusätzlich noch zwei USB-A-Anschlüsse. Darüber hinaus verfügt der Mac Mini über einen Kopfhöreranschluss, einen HDMI 2.0-Anschluss sowie einen Ethernet-Anschluss. Das MacBook Pro 13 Zoll, das beginnt ab 1412,45 Euro und die CPU-Leistung liegt im Vergleich zum bisherigen Intel-Modell um den Faktor 2,8 höher und die Grafikleistung ist um den Faktor 5 besser. Absoluter Hammer ist allerdings die Akkulaufzeit, die Apple bei bis zu 20 Stunden angibt. Das dürfte auch für den längsten Langstreckenflug reichen. Und es ist definitiv sehr beeindruckend zu sehen, wie Apple eben nicht nur an der Performance-Schraube gedreht hat, sondern gleichzeitig auch die Akkulaufzeit so verbessern konnte. Aber es gibt auch ein paar Nachteile bei der neuen Mac-Generation, die man nicht verschweigen sollte. Zum Beispiel hat Apple die FaceTime-Kameras beim MacBook Air sowie dem MacBook Pro 13 Zoll bei 720p belassen. Apple, was tut ihr? Zwar verfügt der M1-Chip über den neuen Bildprozessor aus dem iPhone 12. Welcher ja das Bild dann Computational Photography deutlich verbessern kann. Aber bei diesen uralt Webcams, die Apple verbaut, da kann auch der beste Bildprozessor keine Wunder vollbringen. Gerade in Corona-Zeiten, wo alle von zu Hause aus lernen oder arbeiten, hätte es dann doch schon eine 1080p Kamera sein dürfen. Das ist jetzt kein Dealbreaker, aber trotzdem ein wenig unerfreulich. Es gibt auch noch Diskussionen darüber, dass in den sehr dünnen Displaydeckeln einfach nicht genügend Platz ist und Apple die FaceTime-Kameras erst mit einem Redesign upgraden wird. Das mit Sicherheit auch in den kommenden Jahren kommen wird. Apropos Redesign. Das ist direkt der nächste Kritikpunkt an den neuen Macs. Es handelt sich nach wie vor um das altbekannte Design. Nein, sowohl das MacBook Air als auch der Mac Mini sowie das neue MacBook Pro 13 Zoll setzen auf das altbekannte Design inklusive der deutlich sichtbaren Displayränder. Der nächste Kritikpunkt lautet, im M1-Chip ist lediglich ein I.O.-Controller verbaut, der lediglich zwei USB-Ports ansteuern kann. Das bedeutet, ihr erhaltet lediglich zwei USB-C USB-4-Ports beim MacBook Air als auch beim MacBook Pro 13 Zoll. Der Mac Mini verfolgt wie gesagt zusätzlich noch über zwei USB-A-Anschlüsse. Außerdem beherrschen die neuen Macs lediglich Thunderbolt 3 und nicht den schnelleren Thunderbolt 4 Standard. Das dürfte allerdings für viele Leute doch zu verschmerzen sein. Ja, was ist denn sonst noch wichtig bei den neuen Macs? Der M1 basiert auf der ARM-Architektur, wie viele von euch wahrscheinlich wissen. Bisherige Intel-Prozessoren setzen auf die x86-Architektur. Das ist jetzt kein trivialer Unterschied, denn Programme, die für x86 geschrieben wurden, laufen nicht auf ARM-Prozessoren. Aber Apple hat macOS Big Sur sowie seine eigenen Apps wie iMovie und Final Cut bereits für den M1 angepasst und optimiert. Andere Hersteller werden folgen, darunter Maxon mit Cinebench und Cinema 4D, Pixelmator und Affinity werden ebenfalls an Bord sein. Und auch Microsoft hat bereits begonnen, seine Office-Apps an den M1-Prozessor anzupassen. Und auch Adobe wird mit optimierten Fassungen von Photoshop und Lightroom 2021 folgen. Von Adobe Premiere war bislang noch nicht die Rede, also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen länger drauf warten. Aber selbst wenn Apps noch nicht für den M1 optimiert sind, dann sollte es dank dem Übersetzungsprogramm Rosetta 2 von Apple keine Probleme geben. Sämtliche nicht optimierten Apps werden automatisch von Rosetta 2 in ein armkompatibles Format gebracht. Und auch wenn bei dieser Übersetzung immer so ein bisschen Performance auf der Strecke bleibt, haben die M1-Prozessoren von Apple so viel Luft nach oben, dass die Programme teilweise sogar mit Rosetta 2 schneller laufen als nativ unter den Intel-Pendants. Übrigens, auf allen M1-Macs werdet ihr iPhone- und iPad-Apps nutzen können. Diese werdet ihr über den Mac App Store herunterladen können. Meine erste Einschätzung. Es gibt so ein paar kritische Stimmen an den neuen M1-Macs, insbesondere an der Präsentation seitens Apple. Denn die Vergleiche auf dem Event, die seien sehr unpräzise gewesen. Es wird nicht genau klar, womit Apple den M1 genau verglichen hat. Die Grafiken auf dem Apple-Event hätten keine genauen Skalierungen gehabt. Die Grafiken dienten nur dem Marketing und haben den M1 vorteilhaft aussehen lassen. Die Vergleiche bei MacBook Air sowie dem Mac Mini seien wenig aussagekräftig, denn das bisherige MacBook Air war schon beim Start total schwach in Sachen Hardware. Und der Mac Mini, der wurde schon seit 2018 nicht mehr aktualisiert. Ist also kein Wunder, dass die M1-Zahlen viel besser sind als bei der alten Hardware. Weiterhin wird kritisiert, bei den M1-Macs handelt es sich nur um iPads ohne Touch-Bildschirm. Apple gibt uns auch keine technischen Details. Wir wissen nichts zur Taktfrequenz, wie groß die Caches sind und so weiter. Ja, gut, okay. Ich verstehe das alles. Trotzdem finde ich die Kritik nicht gerechtfertigt. Erstens, Apple ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass man auf den Events unwahre Angaben macht. Zweitens, die ersten Benchmarks zeigen sehr eindrucksvoll, dass das neue MacBook Air ohne Lüfter schneller ist als das Intel MacBook Pro mit 16 Zoll. Drittens, sind bereits die letztjährigen iPhones auf dem Leistungsniveau eines Intel i5-Desktop-Prozessors. Und wir wissen ja, dass der M1 auf dieser Prozessor-Architektur, wie sie auch im iPhone vorkommt, aufbaut. Viertens, kommt es vor allem auf die Real-World-Performance an und nicht auf die Gigahertz-Zahl. Bereits ein iPhone 12 haut einen aktuellen Intel i9 mit über 3,5 Gigahertz beim Videorendern in die Pfanne, wie auch Jonathan Morrison in einem aktuellen Video gezeigt hat. Das Video dazu ist sehr empfehlenswert und ich verlinke es unten in der Beschreibung. Fünftens, es handelt sich gerade mal um die erste Generation an Apple-Mac-Chips. Irgendwann muss man ja mal irgendwo anfangen. Muss man da immer direkt alles total kritisch sehen? Es muss ja auch noch Luft nach oben geben, oder? Die High-End-Macs, die werden ja erst noch auf Apple Silicon umgerüstet. Und Konkurrenz, die kann ja nur gut fürs Geschäft sein. Ich bin sicher, dass AMD und Intel mit Sorge auf die Prozessoren von Apple schielen. Ich sag euch, wie es ist. Ich würde sofort auf einen M1 Mac umsteigen, wenn ich jetzt das Geld hätte und nicht erst letztes Jahr ein 16 Zoll MacBook Pro gekauft hätte. Die Leistungsdaten des M1 halte ich bislang für sehr beeindruckend und die deutlich verbesserte Akkulaufzeit, die finde ich sehr willkommen. Dass es jetzt nur zwei USB-Ports gibt, stört mich nicht so sehr. Ich brauche eigentlich nur einen und an dem hängt dann ein USB-C Dongle, der mir mehr Anschlüsse gibt und das MacBook gleichzeitig auch noch mit Strom befüllt. Auch die 16 GB Maximal-RAM dürften dank der schnellen Unified-Memory-Architektur für meine Zwecke, und ich mache viel 4K-Videobearbeitung, allemal ausreichen. Dass nur 720p-Webcams verbaut sind, das finde ich ein bisschen schade, aber auch das wäre für mich jetzt kein Deal-Breaker. Und dass die neuen Macs iPhone und iPad-Apps abspielen können, ist für mich nicht nur ein Gimmick. Es gibt sehr viele, sehr gute Apps für iOS, auch einige sehr gute Spiele, die ich auch gerne mal an meinem MacBook oder am großen Monitor spielen würde. Alles in allem bin ich sehr positiv von den neuen M1 Macs angetan. Und man darf nicht vergessen, die Reise hat ja gerade erst begonnen. Die High-End Macs, wie eben die iMacs oder der Mac Pro oder das MacBook Pro 16 Zoll, die werden ja alle noch mit Apple Silicon kommen. Und die werden dann mit Sicherheit nochmal eine Schippe an Performance drauflegen und ebenfalls dann auch größeren Arbeitsspeicher wie 32 GB oder 64 GB anbieten. Oder eben mehr USB-C-Anschlüsse. Also, wenn das für euch sehr wichtig ist, müsst ihr entweder jetzt doch auf einen Intel Macs setzen oder eben noch vielleicht ein paar Monate warten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und auch auf eure Kommentare. Schreibt doch bitte mal, was ihr vom M1 und den neuen Macs haltet. Werdet ihr euch ein M1 Mac kaufen oder seid ihr gar vom M1 enttäuscht? Oder findet ihr, dass es viel zu viel Hype, viel zu viel Wirbel um nichts gibt? Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Weitere Videos zum M1 und den neuen Macs und den iPhones werden kommen. Ich werde auf jeden Fall von weiteren Neuigkeiten zum M1 und auch Real-Life-Benchmarks berichten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Fabian.